Mitmachen ist alles. Wir wollen dabei sein. Der olympische Gedanke zählt und wir freuen uns, dass wir uns qualifiziert haben. Vier Turnerinnen dürfen am Gerät starten, drei kommen in die Wertung. Das heißt, es ist immer eine Streichnote dabei. Wenn dann eine Übung mal nicht so gut gelingt, ist das auch nicht schlimm. Und wichtig ist, dass wir hier sind und gemeinsam diesen Wettkampfmeistern. Also ich finde es besser, dass wenn einer was verpatzen kann, weil ich glaube, dass es nicht immer alles perfekt laufen kann. Und da hat man so wie so einen Joker, der dann genutzt werden kann dafür. Da wäre auch die besten Stürzen mal. Ja, es ist natürlich eine Ehre. Ich glaube, dass die Kinder da hochmotiviert rangehen. Und das ist für die Kinder natürlich eine tolle Sache, da von Landesfinale zum Bundesfinale sich voll durchzutunen und am Ende vielleicht ganz oben auf dem Treppchen zu stehen. Tatsächlich haben wir an jedem Kampfgewicht heute vier bis fünf Kampfrichter und Kampfrichterinnen. Es gibt eine D-Note und eine E-Note. D für Difficulty, Schwierigkeit. E für Execution, Ausführung. Und die beiden Noten werden zusammengezählt. Und da kommt dann am Ende ein Endwert raus. Ja, also auf jeden Fall ist das was Besonderes. Ich, also für mich ist das eine große Ehre, hier in Niedersachsen vertreten zu können. Es hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Die sind echt stolz, weil man muss ja erstmal hier hinkommen. Die haben sich in ihrem eigenen Bundesland qualifiziert und dürfen jetzt hier ihr Land vertreten. Und das ist schon was Schönes, abgesehen Berlin-Highlight. Die machen ja alle nicht nur Turnhalle, sondern auch noch ein bisschen Ausflugsprogramm. Und das ist schon schön. Also ich finde es jedes Jahr ein tolles Erlebnis, weil man natürlich auch die Stadt Berlin um sich rum hat und dann mit seiner Schulmannschaft starten zu dürfen. Grundsätzlich würde ich immer wieder nach Berlin fahren, denn wir sind hier bei einer Sportveranstaltung. Aber die Mädels lernen so viel mehr, auch außerhalb der Turnhalle. Es macht Spaß, hier zu sein. Wir erleben, wie fahre ich U-Bahn, wie packe ich meine Sachen. Es ist viel, viel mehr als Sport. Vielen Dank.